Heute spielen wir die Map von SBTBJ. Er ist übrigens der Gewinner des Money Speedruns. Ich muss auf jeden Fall schon mal gleich ein Lob da lassen und zwar war das sehr sehr genial, dass er dann Checkpoint eingebaut hat. So hat das viel viel mehr Spaß gemacht. Hier habe ich so richtig den Unterschied gemerkt zwischen einer Map mit Checkpoints und ohne. Ich lasse die Map jetzt erstmal wieder in Normalgeschwindigkeit ablaufen und werde danach dann direkt auf jeden Punkt nochmal eingehen. Nach Abschluss des Levels habe ich dann gleich den Weltrekord noch geholt und das ist auch gerade der Run davon. Okay, also das was ich am Anfang gleich richtig kreativ fand und ich mich auch selber frage, wieso ich da nicht mehr öfters drauf komme. Und zwar war es hier wichtig den Monty von links zu treffen, damit der Shell wegbounst, du auf ihn drauf springst. Und dann deine Shelljumps machen kannst. Auf die Münze habe ich mich nicht verlassen, ich bin da dann irgendwann nach Gefühl gegangen. Am Anfang habe ich leicht gestruggelt, weil man musste gegen den Poe-Block springen und dann musst du den Speed nochmal nutzen, um rüber zu kommen. Ich habe das glaube ich zweimal verkackt oder so, also dieses Feeling wieder rein zu bekommen, weil ich ja sehr viele Stile spiele und ich habe das Gefühl, der Stil ist von der Geschwindigkeit her immer anders. So, jetzt erreichen wir den Checkpoint. Auf den Monty drauf, den Shell weghauen, auf den nächsten Monty, auf den Shell drauf, Zeit in der Luft sparen, der Shell kommt rüber, du springst drauf, auf den Monty. Ich weiß gerade gar nicht, ob die wirklich Monty heißen, ach ich nenne sie einfach so. Diese Jumps sind auch immer geil. Dass du von rechts auf den Shell drauf springen musst, damit der weiter fliegt. Dann auf ihn drauf springen. Bei dem Monty hatte ich glaube ich auch ein paar Abtode tatsächlich, weil wenn die am Fallschirm sind, dann ist das immer so ein bisschen vage, wie die sich bewegen. Jetzt ein Simple Shell Jump, auf den Shell drauf springen und das gleiche wieder von rechts auf den Shell drauf, der fliegt weiter und wir können draufjumpen und in die Tür. Solche Maps haben fettes Lob verdient. Klar, sie können länger sein und auch noch ein bisschen schwerer, solange halt ein Checkpoint dabei ist, dann macht das alles nur noch Spaß. Ein fettes Lob an Musik an dieser Stelle, seine Map habe ich eben gerade noch gespielt und da war es dasselbe, ich musste mich nicht abrackern. Morgen kommt die Map von Musik und damit melde ich mich dann ab. Die nächste Kaiser Compilation ist übrigens auch fast fertig.